Da muss ich erst was getan haben. Wenn ich dich jetzt beleidigt hätte oder so, wenn ich was gesagt hätte, dann würde TikTok sagen, ja, das stimmt. Aber es stimmt nicht. Deswegen, TikTok überprüft. Oh, guck mal, TikTok überprüft. Ich hab auch Kommentare gemeldet, wo TikTok mal gesagt hat, nein, das ist keine Beleidigung, das ist ein normales Wort. Weißt du, was ich mein? Leute, ich liebe, ich liebe, ich liebe das. Das ist scharf. Soll ich noch eins essen? Ich hab keinen Live gemeldet, ich hab einen Kommentar gemeldet. Ja, guck, hier. TikTok, ich liebe dich. Endlich bist du mal fair. Okay, Leute, ich beiß jetzt rein. Äh, hä, hä. Ach, hä. nie wieder nie wieder es ist eigentlich schlau Halsschmerzen zu haben und sowas zu essen oh man hast du sie echt so sehr ja ich will doch, dass du mich hasst wegen Leuten wie dir habe ich 1300 Zuschauer dann zieh ich ab genau so ist es nein, er soll nicht absich, nein der soll nicht drinnen bleiben ich hab da 1,3k, das ist gut das ist sehr gut, sehr sehr gut lass ihn ja man, jetzt haben die Auge gemacht 1,2k, schade er hätte drinnen bleiben müssen ok, jetzt machen wir eine Challenge wer mag mich der schreibt ich, 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 ich wer mich nicht mag, schreibt nicht warte, ich bin kurz vorm sterben oh, haha 040 wow, danke haha 040 ja, an alle, die nicht geschrieben haben bleibt bitte weiter drinnen sonst sinkt man nie Zuschaueranzahl oh, Adana Kitsi dankeschön dankeschön Adana Kitsi dankeschön Adana Kitsi oder Kitsi warte, wie heißt du? Adana Kitsi dankeschön ich bin auch Fan von Adana Kitsi Kitsi, Kitsi ich weiß nicht, wie man es ausspricht Leute, bleibt alle drinnen warte, 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 warte warte seid einfach Begi, Begi ok, Begi ok, Leute wir machen jetzt ein äh es geht nicht raus ok, folgt mir erstmal alle auf Instagram alle auf Instagram folgen mir geht es irgendwie gerade nicht so gut, Leute egal, ich, ich esse jetzt einfach das hier was ist das? nein, Leute ich sag euch ehrlich, ne ich liebe Zitrone über alles Zitrone ist das Beste, was es gibt auf der ganzen Welt es macht dich sofort gesund nein, ich bin nicht wieder gesund, Leute meine Nase läuft immer noch du bist voll sympathisch wie süß, Junge scheiße, Leute wenn ihr sowas schreibt hatet mich lieber wala, hatet mich Leute, ich sag euch was, ja wenn ein Junge das Interesse verliert, weil ihr angefangen habt Interesse zu entwickeln für den dann ist er der Falsche dann nimmt einfach nimmt einfach diese Peperoni und macht es in seinen Mund rein ohne dass er es weiß so schön Mashallah Dankeschön obwohl meine Haare gerade grausam aussehen aber egal man sollte immer Desinteresse zeigen du schwörst dir sobald man einen Typen Interesse zeigt nachdem er um dich gekämpft hat plötzlich von von der einen Sekunde auf der anderen Sekunde verschwinden die einfach als hätten sie niemals existiert du hörst nie wieder was von denen sowas nennt man ein HS ich schwöre euch Leute ist es so wahr einfach wenn ihr sogar auch Interesse an einem Typen habt so hart es auch ist zeigt euch immer kalt so wird der euch immer hinterher rennen chill mal deine Eier hallo hallo Jetzt reicht mir langsam, ey. Ah, ich hab hier noch was. Bio-Brot. Ich muss kurz essen, damit ich wieder rede, weil ich krieg Energie. Danke, HH040. Dankeschön! Ich küsse dein Herz. Nochmal, warte. Hast du noch nie im Leben gegessen? Nein. Ich weiß nicht, was ist Essen? Ich hab noch nie gegessen. Leute, ich mach jetzt ASMR. Danke, HH040. So, Hila, ich bin zu Hause, ich bin krank geworden. Du hast viel angesteckt. Das ist mein Brat. Ich muss lachen, ich kann mich nicht ernst nehmen. Das ist mein Brat. Das ist mein Brat. Und das ist die Suppe. Das ist Lenzen-Soup. Und ich werde es in diese Suppe. Und dann, ich werde es jetzt essen. Und jetzt, wie so. Das ist mein Brat. Das ist mein Brat. Wenn es bakes, das ist so, dass es so ist, dass es so ist. Das ist so, dass es so ist. Das ist so, dass es so ist. Das ist so, dass es so ist. Lilly ist ein unerzogenes kleines Kind. Hallöchen. Ist diese Welt nur aus Hass? Ja. Die Welt ist aus Hass. Vor allem Frauen. Ey Leute, Männer ist eine Sache. Ja. Aber wenn Frauen sich gegenseitig beleidigen, obwohl sie sich nicht kennen, sexistische Kommentare abgeben, wie Lilly das gerade gemacht hat, das ist, das zeigt mir, dass die Person nur neidisch ist. Anscheinend, weil Lilly sich ja nicht zeigt, hat ihr Crush mich angeschrieben oder so. Und deswegen kommt sie nicht klar drauf. Lilly. Wir wissen Bescheid, Lilly. Für so eine wie Lilly wünsche ich mir einen Farid Beng. Der weiß, was er mit solchen Frauen machen kann. Also Männer eine Sache. Es gibt immer so dieses, es gibt immer Männer und Frauen, ne? Aber Frauen? Kommen rein? Kommentier nicht mal normal. Geben sexistische Kommentare ab. Sag mal, spinnst du oder was? Da will ich ja gerne in die AfD. Nein, 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 nein. Dafür, ich werd' sorgen, dass ihr Account gesperrt wird, Leute. 100 Prozent. Scheiß nicht, Madina, wenn ihr Account in drei Tagen nicht weg ist. Dann soll sie sich wieder Level 33 wieder aufbauen, indem sie 20.000 Euro spendet. Du bist unverschillt, wunderschön. Danke. Vielen Dank. Ich hab heute Geburtstag alles Gute. Das sind Steinchen, Leute. Das hab ich geklebt. Ich hab dich im Platz im Herzen gesehen. Wann denn? Weil ich war lange nicht da. Okay, warte. Ich muss kurz atmen. Uh. Oha, wir haben... Oha, wir haben 1200 Leute hier drinnen. Ich seh das erst jetzt. Oha. Oha. Ich dachte, wir hätten so 300-400 Leute hier drinnen. Hey, seit wann ist das hier so? Hallo, Leute. Folgt mir auf Insta. Und kommentiert meine Videos. Folgt mir alle auf jeden Fall. Oha. Oha. Und essen, ne? So hintereinander. Boah. Ich hab richtig Hunger bekommen. Boah. Richtig lecker. Ich seh nur solche Videos wie die essen. Und du kriegst dann automatisch Hunger. Dieses Geräusch, was die da machen. Es gibt auch grad was Neues. Die sehen aus wie Mantou. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Mantou ist. Und dann machen die so eine Soße drauf. Das ist so ein Sechserpack. Drei auf der Seite und drei auf der rechten Seite. Und dann machen die so eine Soße drauf. Das gibt's auch beim Asia-Geschäft, sagen die alle. Das soll richtig lecker sein. Aber ich weiß nicht nach was das schmeckt. Es sieht aus wie Mantou. Ich weiß aber nicht, ob das Mantou ist. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sah das so lecker aus. Ich hab das mir die ganze Zeit. Dumplings. Genau. Dumplings. Was ist das? Was hat das für eine Füllung? Mein Pulli ist von Gas. Manche mit Fleisch, manche Gemüse. Ja dann ist das ja eigentlich sowas wie Mantou. Mantou oder Mantou wie ihr sagt. Wir sagen Mantou in Afghanischen. Dieses Brot will ich sein. Es gibt immer so neue Sachen, die man sieht auf der Foyou und dann willst du es auch essen. Okay, das haben dann die Chinesen von uns nachgemacht, Mantou. Wie halten die Steinchen? Halt die. Ich hab die, warte, von welcher Marke? Essence. Die sind richtig gut. Die halten voll lange. Was sind diese? Die hab ich drauf. Aber die chinesischen Nudeln sind richtig lecker, Leute. Die sind richtig, richtig lecker. Die sind richtig, richtig lecker. Ja. Ja. Leute, ich sag euch, das bringt was. Wir haben deine Meldung überprüft. Wir haben bestätigt, dass das gemeldete Konto gegen unsere Community-Richtlinen verstößt. Und jetzt wo er raus war, gab es dann ein paar Mal. Es wurden Maßnahmen zum Beschränken des Kontos überprüft,